servus und herzlich willkommen in diesem video möchte ich dir zeigen wie verrückt die welt ist wir haben hier die webseite von ebay und auf ebay ich habe das zufällig auf einem foto blog artikel im netz gefunden auf ebay wird bereits die gopro hero black verkauft bevor sie gopro überhaupt auf den markt gebracht hat es muss aber scheinbar eine reelle sache sein so wie im artikel stand also sie wird hier verkauft es wird der karton und alles gezeigt es wird überteuert angeboten 713 us dollar also 650 euro in etwa aus amerika texas man kann hier den karton sehen gopro 12 black und die kamera wie sie abgebildet ist wir haben auf dem karton 27 megapixel foto 5,3 k 60 und so weiter und so fort aber hyper smooth 6 0 also die ankündigungen dass sie 8k bekommt und dass man zoomen kann durch die hohe auflösung und so weiter das hat sich alles nicht bewahrheitet wenn diese kamera echt ist was laut dem artikel stimmt ist es eigentlich wieder die hero 11 black und das hyper smooth wurde eben die also die stabilisierung wurde etwas verbessert nochmal dieser software geschichte und ansonsten haben wir die 27 megapixel und die 5,3 k video die wassertiefe das weiß ich jetzt nicht aber es ist ziemlich identisch mit der hero 11 und was neu dazu gekommen ist habe ich gelesen ist dass jetzt auch hdr video möglich ist wie es auch schon bei bei insta es gibt und die 10 bit color das hat es auch bei der hero 11 schon gegeben und ja das ist der karton hier sieht man wie beschädigt ist sieht sieht alles sehr echt aus wo das herkommt das ganze wird kein mensch wissen aber scheinbar ist es so und wenn das stimmt dann werden die leute die eben schon gewartet haben dass die hero 12 12 black dass die die neue dji schlagen wird die werden hier enttäuscht sein weil es sich nicht weiß ich nicht viel getan hat bei der 12 wenn das so ist ich habe das video heute nur eben gemacht weil ich das komplett verrückt finde eine kamera jagt die nächste jetzt wird schon von der instagram 60 x4 gesprochen wie wird die aussehen also irgendwie wird der das hobby filmen das geht in hintergrund und es zählt nur noch die technik ich bin auch muss ich gestehen technik verrückt aber es hat alles seine grenzen so wie ich jetzt bei der gopro entschuldigung bei der go 2 geblieben bin habe die go 3 nicht gekauft weil sie eben nur für so b-roll sachen oder so ist und direkt zum filmen würde ich jetzt nicht verwenden für den ganzen film und man kann mit ob das die gopro 10 ist oder 9 ist oder ob das die install für 60 action cam ist man kann mit allen kameras wunderbar filmen und diese hektik von den neuesten kameras das wird immer schlimmer und eben das filmen an sich das für den hintergrund gedrängt und die beispiel filme die gezeigt werden von insta zum beispiel das sind nur irgendwelche tollen mobiles die wo rumhüpfen und skater und fahrradfahrer die irgendwelche artistischen sachen machen aber das was die meisten leute filmen die freizeit in urlaub familie freundin und so weiter das ist eigentlich mehr so im hintergrund und das ist bisschen schade weil wenn du ein gutes handy hast und vielleicht eine 360 grad kamera dazu und wenn du b-roll sachen machst vielleicht noch eine go dazu dann hast du schon eine tolle ausrüstung wenn du dann noch ein einigermaßen brauchbares schnittprogramm hast kannst du schöne sachen machen und das so zu betreiben glaube ich ist ein tolles hobby und die hat die hättest hier immer nach den aktuellsten kameras und und wer braucht das ganze also viele haben dann die die brutalsten kameras und filmen fast nicht damit aber das ist einfach nur so am rande und das war es eigentlich für dieses video ich wollte dir nur die verrücktheit zeigen von der 12 black die du jetzt schon bei ebay kaufen kannst obwohl sie noch nicht von gopro auf dem markt gebracht ist und ja alles ist verrückt ich danke dir fürs zuschauen und bis zum nächsten video da machen wir wieder ein tutorial servus ja